Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sunday You Will Return. Ja und da sind wir wieder bei unseren Hunden oder was das da sein soll und ich hab mittlerweile rausgefunden, wie wir unsere Karte öffnen können. Es ist nämlich nicht nur die hier, die wir normalerweise haben, sondern hier beim Tagebuch müssen wir reinschauen und dann finden wir hier unter dem Reiter Lea, Leas Karte. Lea hat ihre Puppe Rosi in einem Schloss verloren. Wenn ich sie ihr wiederbringe, erzählen sie mir vielleicht mehr über Stella. Lea hat mir eine kleine Karte mit einem geheimen Pfad zum Schloss aufgemalt und das ist genau die hier, meine große Karte zum Schloss. Da guck mal eine an, wie süß. Und wir haben angefangen da unten beim Totem, sind an der Kirche vorbei, Folge Blau. Das haben wir gemacht, nicht hier, da geht's nicht weiter. Beim kleinen Felsen müssen wir auch nochmal ein bisschen weiter gehen, dem blauen Pfad folgen. Und zwar hier bei der Hunderstatue und genau da sind wir gerade. Wir müssen nach links bei der Hunderstatue und Blau verlassen. Und dem Weg dann folgen, bis wir irgendwann mal nach links abbiegen oder nach rechts abbiegen eigentlich. Und da unten bei Bäumen ankommen. Baum mit zwei Stämmen wieder nach links und links halten. Gucken wir mal, ob wir das so einfach finden werden. Das heißt aber, wir müssen jetzt hier die Statue anschauen und dann nach links abdriften. Das heißt, wir müssen hier hinein. Wenn wir dem blauen Pfad folgen würden, würden wir zur Kreuzung von Kimburg kommen. Irgendwann nach unten zur Kreuzung von Mughlina und zum Wasserkraftwerk von Mughlina. Das haben wir schon mal gesehen von der anderen Seite. Aber da wollen wir jetzt noch gar nicht hin, vielleicht früher oder später mal. Jetzt wollen wir nämlich erstmal Richtung Kimburg. Denn dort wird's, denke ich mal, sehr, sehr spannend werden. Ich hab, wie gesagt, immer noch sehr viele Fragen. They look like dogs. Genau, also sind wir hier ziemlich richtig. Und ich glaube, ich kann diese Fragen alle gar nicht beantworten. Wir haben das in der letzten Folge schon mal ein bisschen aufgearbeitet. Alles zum Beispiel das Tagebuch mit unserer Tochter, mit Stella, die ja irgendwie das Tagebuch von 2010 bis 2016 beschrieben hat. Wir können das Ganze nochmal ganz kurz hier im anderen Tagebuch sehen. Also wir fangen hier an auf 2010 und enden dann irgendwo da hinten. Wir machen mal ganz schnell durchblättern. hier bei 2016 und können aber immer noch umblättern. Das heißt, Tagebuch 2010. Wir haben angefangen hier mit unserer Tochter, mit Pfadfinderlager und so weiter und so fort. 2016 ist immer noch hier, aber da ist sie ja schon viel älter. Und es geht, wie gesagt, noch weiter. Also ins Jahr 2018, 2019. Das heißt, wir können hier keinesfalls nach einer kleinen Tochter suchen. Und das hat Eleonora, das zweite große Fragezeichen im Spiel, ähm, letztes Mal auch erwähnt. Kann das stimmen, dass wir hier nach einem kleinen Kind suchen? Kann das wahr sein? Oh. Ich habe übrigens gerade, warte mal, ich muss ja ganz kurz raus tappen hier. Ich habe ja meine Datei gar nicht offen. Warte mal. So. Wo wir die Sammlerobjekte haben. Hoppla, 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 hoppla. So. Na gut, na gut, na gut. Also, wo sind wir jetzt gerade? Warte mal, ich muss mal nochmal gucken, wo die Hunde sind. Die Hunde sind hier. Alles klar, da geht es nämlich hier genau weiter. Ähm, also es gibt hier viele Fragezeichen. Eleonora, die uns ja eigentlich nur einmal bei der Grabfliege quasi, ähm, über den Weg gelaufen ist. Da hat sie sich um die Gräber gekümmert. Wir waren auch da. Und haben dann kurz mit ihr gequatscht. Und jetzt plötzlich ist sie bei uns im Lager, findet unser Handy, speichert sich gleich mal eine Nummer ein. Das ist schon sehr komisch. Waren wir hier schon mal? Oh, anscheinend waren wir hier schon mal. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich... Ah ne, Scout-Badge ist hier. Ich bin ja doof. Wollte gerade sagen, wir haben schon eines erledigt. Hä, hä, hä. Haben wir nicht. Wir finden hier nämlich Scout-Badge Nummer 2 von 3 in diesem Kapitel. Noch ein paar Pilze. Und wir haben ja auch gesehen, sie hat sich nicht nur die Nummer eingespeichert. Können wir das eigentlich hier, wenn wir das Handy aufrufen, sehen? Maybe later. Okay, wir können gar niemanden anrufen. Alles klar. Ich dachte, wir sehen vielleicht die Fotos. Da hat sie sogar ein schönes Selfie von sich gepostet. Aber nicht irgendwie neben uns im Lager oder sowas. Nee, auf irgendwelchen Felsen. Das heißt, sie hat angeblich das Handy neben uns gefunden. Ist mit dem Handy erstmal irgendwie ins Gebirge gegangen. Hat dort Fotos gemacht. Hat ihre Nummer eingespeichert. Uns dann das Handy zurückgegeben. Und uns dann aufgeweckt. Und schlussendlich, als wir dann das Tagebuch gemeinsam analysiert haben, hat sie irgendwas gelabert von... Na, pass auf, die Spinnen, die werden das Tagebuch sonst stiehlen. Und genau von den Spinnen, von den Nebelkindern, sind wir ja in der Zwischenwelt, ich nenne das immer so, verfolgt worden. Also, hm, Freunde, Freunde, Freunde. Das ist mir schon ein bisschen sehr suspekt, wenn du mich fragst. So. Es gibt übrigens viele, viele, viele Sammelobjekte hier. Und eines der letzten Sammelobjekte ist das da unten. Bei dem Schild nämlich. Das ist wohl der Baum. Ich gehe nochmal ganz kurz... Nein, gehe ich nicht rein. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Auf das Tagebuch. Auf Lingers Karte. Das ist nämlich der Baum. Wir müssen links und dann wieder links halten. Aber müssen wir hier lang tatsächlich? Oder müssen wir hier lang? Ich habe hier noch ganz schön viele Sammelobjekte aufgeschrieben, die alle woanders wären und nicht hier. Ist das das richtige Schild? Wo geht's denn da lang? Ich will natürlich gerne mal wieder alles ausprobieren. Ja, natürlich, das letzte große Fragezeichen ist Lea. Die Kleine, die wir da in der letzten Folge... Huch! Hallo? Die wir in der letzten Folge gefunden haben. Da haben wir ja das schöne Bild von ihr. Hallo, Daniel. Wie geht's dein Search? Hey, ich habe eine Frau, und... Du hast bereits eine Frau? Nein, nicht Stella. Ich spreche über eine kleine Frau ich mit, die sitzt auf dem Rock neben der Chapel. Really? Und hat sie gesehen Stella? Ja, 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 die ist zwar irgendwie auf unserer Seite, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe da ein mulmiges Gefühl, was diese Frau betrifft, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Wir haben die noch nie in unserem Leben gesehen, jetzt ist die plötzlich hier bei uns, hilft uns, hat sich die Nummer schon mal eingespeichert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich vielleicht zu misstrauisch. Das kann natürlich sein. Meine Grundstimmung ist immer misstrauisch. Aber ich, hm... Ich bin ein bisschen, ich sage mal, vorsichtig. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Wir kennen die Frau nicht. Wir wissen nicht, was die wirklich vorhat. Wir wissen nicht, ob die nicht vielleicht für beide Seiten spielt. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für das Biest vielleicht. Mein, theoretisch gibt es ja hier doch einige Möglichkeiten. Wo würden wir denn da jetzt hingehen, sag mal? Kreuzung von Kimburg. Ich würde natürlich gerne mal probieren, was wir hier machen können. Weil wir ja doch... Eigentlich hier ziemlich viele Sammelobjekte haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oh, spitzbiegerig. Ich weiß nicht, ob die alle da hinten rumliegen. Weil das eine Papierchen von gerade eben, das Bonbon-Papierchen, war eigentlich eins von den Sammelobjekten, die ich relativ zum Schluss hier aufgeschrieben habe. Die auch im Video relativ zum Schluss kamen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das Video vielleicht im Nachhinein anders geschnitten worden? Dass man das theoretisch jetzt schon hätte finden können. Aber ich habe das Gefühl, hier sind wir komplett falsch. Nee, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich gehe mal zurück. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind hier komplett falsch. Gibt es hier was? Das sieht auch so aus, als wenn wir da was kriegen können. Ach, tatsächlich, da ist auch ein Papierchen. Mhm. Oder ist das doch richtig hier? Hä? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde natürlich liebend gerne alle mitnehmen. Alle Sammelobjekte. Aber ich habe langsam das Gefühl, das wird ein bisschen tricky. Nee, aber hier finden wir tatsächlich die anderen Sammelobjekte. Guck mal, genau das habe ich nämlich notiert. Gut, weißt du was? Wir nehmen die einfach mal mit. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Ich habe das alles notiert hier. Wir sammeln das mal. Vielleicht entdecken wir ja, hier sind wir gerade, irgendwie noch einen weiteren Weg oder sowas. Aber ich würde gerne diese Sammelobjekte mitnehmen. Ähm, auch wenn wir vielleicht mal später irgendwie mal, äh, zur Kreuzung von Kimburg müssen, äh, müssen oder dann nach unten, nach, äh, zum Wasserkraftwerk, nach Mughlina zum Beispiel, ähm, kommen wir vielleicht hier sowieso nochmal vorbei. Würde ich jetzt mal sagen. Wirklich ein sehr stilles Gewässer hier. Sieht ein bisschen schleimig aus. Ähm, aber ich sammle das jetzt trotzdem einfach mal jetzt. Ja, ist das tatsächlich hier? Ja, das müsste hier sein. Genau, hier entlang. Links hinein haben wir gerade. So, und da müsste es noch was anderes genau da oben geben. Siehste, siehste, siehste. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nämlich direkt bei dieser Höhle hier. Das nächste Papierchen. Ich hab keine Ahnung, wie gesagt, wer die hier alle rumliegen lässt. Aber wir haben mittlerweile doch schon ziemlich viele gefunden. Wennst du mich fragst, Dammelobjekte? Lurks? 34 von 100. Na, bitte sehr. Ein Drittel haben wir schon. Schön. Da kann man vielleicht so ein bisschen ablesen, wie wir uns gerade hier im Spiel tun. Also, fortschrittmäßig. Da sind wir jetzt wahrscheinlich bei einem Drittel circa, wenn wir da uns mal orientieren. Wenn wir mal ein Papierchen als Prozent nehmen im Spiel. Natürlich kann man das jetzt nicht so genau sagen, weil wir haben jetzt drei auf einmal gefunden. Aber wir sind circa bei einem Drittel des Spiels, würde ich jetzt mal behaupten. So. Gut. Das war dann auch schon alles, was wir hier finden können. Das nächste ist irgendein Wegweiser. Oder ist das vielleicht der Wegweiser? Kreuzung von Kimburg. Das kann natürlich sein. Ich folge einfach mal dem Pfad. Wir gucken mal, wo wir hinkommen. Früher oder später müssen wir das sowieso entdecken. Aber das interessiert mich jetzt, ob wir das alles möglicherweise nur jetzt entdecken können und später gar nicht mehr. Bilsenkraut. Mhm. Denn dann würde ich das schon ganz gerne mitnehmen. Ich vermute mal, wir würden hier sowieso irgendwann mal lang kommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass all das hier... Und das ist jetzt mal wieder eine wunderschöne Landschaft. Auch wenn die Bäume ziemlich vertrocknet alle aussehen. Wahrscheinlich haben wir schon Winter mittlerweile bald. Herbst auf jeden Fall. Man sieht schon, die Bäume ja strahlen oder die Blätter strahlen in vielen Farben. Aber es sieht hier einfach wunder, wunder, wunderschön aus. Das muss man einfach sagen. Ich komme da aus dem Schwärm gar nicht raus. Es ist zwar immer wieder der gleiche Wald, aber es sieht wirklich, wirklich, wirklich wunderschön aus. So, mal ganz kurz gucken, ob wir hier richtig sind. Und da sind wir tatsächlich. Genau das ist das, was ich gesucht habe. Und da geht's zur Burg nach oben. Ist zwar nicht der Weg, den wir nehmen sollen. Was sagt denn eigentlich sie dazu, wenn wir jetzt hier ihre Karte aufrufen? Tunnel. Aber wir sollen nicht hier lang. Hier gibt's irgendwie den anderen geheimen Tunnel. Alles klar. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier rauf spazieren. Okay, da geht's zurück. Ah, guck mal einen an. Da geht's zurück zu dem Totem, bei dem alles angefangen hat. Schau mal, den roten Bändern nach. Den roten Bändern nach und es geht direkt zum Totem zurück. So schließt sich der Kreis nochmal spitzwegerig. Und das Totem ist hier drüben. Das heißt, wir können hier einmal quasi quer durchgehen. Einen kleinen Abstecher machen. Cool. Das ist ja nice. Und da sind wir gerade. Kreuzung von Kimburg. Haben wir schon ein Foto davon? Leider nicht. Da haben wir ein Foto vom Sommerlager genauso. Von den Bergen. Ja, von dem hier zum Beispiel. Felsenschlucht. Das können wir auch schon. Die Buche können wir nicht. Ubuku Bunker. Na, da waren wir ja schon einige Male. Alles klar. Oh. So. Wieder ein bisschen buggy gewesen, dass der Mauszeiger hier war. Oh, jetzt hab ich da was markiert. Na gut, das wird schon nix machen. So. Kimburg. Da sind wir. Das ist der Wegweiser von Kimburg. Kleiner Fels. 1,2 Kilometer entfernt. So weit sind wir jetzt gelaufen. 1 Kilometer. Das Kloster 2,5 Kilometer. Ubuku Bunker 3,7 Kilometer. Die zwei Quellen 2,4 Kilometer. Messner 8,2 Kilometer. Ach du Scheiße. Na gut, na gut, na gut. Ich würde sagen, wir holen uns mal die nächsten Sammelobjekte. Hier gibt es noch einige. Und dann machen wir uns mal auf zum, zur Burg da hinten. Kimburg. Heißt nicht ohne Grund so. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Erstens, ob wir dort tatsächlich die Puppe finden von der kleinen Lea. Die hat ja die Puppe Rosi dort verloren. Und zweitens, ob wir dort tatsächlich einen Hinweis finden, der uns irgendwie unsere Tochter möglicherweise näher bringt. Denn man muss schon sagen, wir sind jetzt mittlerweile eine lange Zeit schon hier unterwegs. Und haben eigentlich bis jetzt noch nicht wirklich viele neue Hinweise darüber bekommen, wo sich unsere Tochter möglicherweise aufhalten könnte. Wir haben den Prolog gespielt, beziehungsweise das erste kleine Kapitel, als wir in der Haus von ihr waren. Und da wurden wir vom Biest verfolgt. Irgendwo im Untergrund. Könnte theoretisch auch irgendwo im Ubuku-Bunker sein. Oder irgendwo hier oben in der Burg. Da wohnt ja das Biest angeblich. Zumindest laut Lea. Aber ob die Stella wirklich dort ist, ist eine ganz andere Frage. Wir haben einen Anruf von ihr bekommen. Irgendwann mal. Wobei wir uns da sicher sein können, dass der definitiv nicht von ihr stammt. Aber es ist halt eben die große Frage, ob wir tatsächlich unsere Tochter jemals finden können. Weil das ja, wie gesagt, mit dem Tagebuch gar nicht zusammenpasst. Dass wir jetzt hier ein kleines Mädchen suchen, was ja eigentlich mittlerweile schon eine erwachsene Frau sein sollte. Außer, wir suchen vielleicht unsere Tochter schon seit vielen, vielen Jahren. und sehen sie immer noch als kleines Mädchen, weil wir sie damals zum letzten Mal gesehen haben. Das ist möglich. Wobei mich dann ein bisschen wieder irritieren würde, warum er nichts dazu sagt, wenn er im Tagebuch was von 2016 liest. Also ich habe da tatsächlich noch ein paar Fragen. Ich muss hier wirklich sagen, ich habe da tatsächlich noch ein paar Fragen. Aber ich hoffe mal, dass wir im Laufe des Spiels das Ganze Stück für Stück beantworten können. Wahrscheinlich werden bis zum Schluss, denn es gibt ja, glaube ich, insgesamt hier sechs verschiedene Enden, noch einige Fragen übrig bleiben. Aber ich vermute mal, dass wir einen Großteil damit beantworten können. Vor allem auch mit den verschiedenen Sammelobjekten, die wir hier finden. Jetzt nicht unbedingt die Bonbonpapierchen, aber die Dokumente beispielsweise und so weiter und so fort. Also, ich bin da guter Dinge, dass wir hier doch noch ein bisschen was aufdecken werden. Aber ich habe so das Gefühl, da kommt noch ein ordentlicher Twist auf uns zu. Früher oder später. Aber lassen wir uns mal überraschen. So, warte mal. Was gibt es denn hier als nächstes? Band entlang folgen. Scout Batch. Oh Gott. Okay, das müsste da hinten irgendwo sein. Beim Felsen habe ich mir notiert und das ist dann wohl hier. Ja. Sehr schön. Ein Schafskopf oder ein Ziegenkopf. Mhm. Dann gehen wir mal wieder zurück zu den Bändern, denn denen müssen wir jetzt ein bisschen länger folgen. Und irgendwo da hinten finden wir dann wieder so ein Zuckerpapierchen. Und ich vermute mal, diese Bänder fühlen uns da nach oben. Und das sind ja die Bänder, die, äh, glaube ich, sogar von uns ausgelegt wurden. Oder zumindest von den Mitarbeitern hier in dem Pfadfinderlager. Denn da gab es ja einige Spiele, wie zum Beispiel dieses Swatopluk-Rätsel mit den Stäben und so weiter und so fort. Und eben auch ein Spiel, wo diese Bänder gesammelt werden sollten. Wir haben ja relativ am Anfang des Spiels schon einen Rucksack gefunden, wo ich gedacht habe, das ist möglicherweise irgendjemand oder Stella, die uns so quasi wie Hänsel und Gretel durch den Wald führt, damit wir wieder zurückfinden. Aber mittlerweile haben wir, glaube ich, rausgefunden, dass das nichts mit Hänsel und Gretel oder Stella zu tun hat, sondern einfach ein Spiel war von den Pfadfindern. Nämlich, dass sie so viele Bänder wie möglich sammeln sollen. Dann ist halt jemand von dem Pfadfinder-Mitarbeitern oder von den, ich sag jetzt mal vielleicht wir oder unsere Kollegen, ähm, losgegangen mit einem Rucksack, hat an den Bäumen hier immer wieder diese Bänder festgemacht. Vielleicht waren es hundert insgesamt, keine Ahnung. Und je nachdem, wie viele die anderen dann gefunden haben, stand dann der Sieger irgendwann mal fest. Huch, also dass das irgendwas, hallo? Dass das irgendwas mit Stella zu tun hat oder sowas, da war ich am Anfang der Meinung, dass das möglicherweise von ihr war. Also so ein Hinweis, dass wir wieder zurückfinden oder dass wir sie zum Beispiel finden. Aber mittlerweile denke ich, das ist wohl nicht der Fall. Und wir haben tatsächlich hier überall diese Bänder. Guck mal. Wir haben hier tatsächlich überall die Bänder und hier sind wir wieder bei unserem Totem. Da muss ja irgendwo Lea sitzen, eigentlich. Na, guck mal einen an. Und jetzt ist natürlich die große Frage, sitzt die noch da, können wir das irgendwie? Ah. Die, cool. Na, guck. Vorsicht, 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 Vorsicht. Na, guck mal einer an. Und da haben wir tatsächlich eine kleine Abkürzung freigeschalten. Schau mal einer an. Und jetzt würde es mich tatsächlich sehr interessieren. Cool. Finde ich nice. Wieder eine Abkürzung. Nice. Ähm, jetzt würde es mich tatsächlich sehr interessieren, ob wir Lea hier immer noch finden können. Oder ob die weg ist. Und ich glaube, sie saß genau da oben. Kann das sein? Und sie ist nicht mehr hier. Wie ich es mir gedacht habe. Aber ist das der richtige Pfahl? Das ist der richtige Pfahl. Genau hier waren wir. Aber es ist auch... Doch, das Lagerfeuer ist noch hier. Und die Buntstifte sind noch hier. Das Lagerfeuer ist hier. Die Buntstifte sind noch hier. Aber sie ist nicht mehr hier. Guck mal. Da sind wir. Und weit und breit von ihr keine Spur. Genau wie ich es mir gedacht habe, Freunde. Denn das war ja irgendwie vorherzusehen. Das war sie so einfach hier nicht mehr wiederfinden. Aber die Buntstifte haben wir zumindest von ihr noch. Hm. Na gut, wir haben zumindest... Ach, guck mal. Da hinten geht es sowieso nicht weiter. Da ist ein X. Wir haben zumindest mal... Eine kleine Abkürzung freigeschalten. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, sich den Sammelobjekten hier ein bisschen hinterher zu jagen. Wo geht es denn da eigentlich hin? Das würde mich ja auch mal interessieren. Denn sonst hätten wir diese Abkürzung womöglich... Nicht so einfach freigeschalten. Beziehungsweise generell gefunden. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Da gab es, glaube ich, irgendein Sammelobjekt. Sieht nur aus wie eine gruselige Höhle. Ist eine gruselige Höhle. Aber es geht noch nicht weiter. Noch nicht. Weil er weiß, wie sich die Spielwelt hier noch verändert im Laufe des weiteren Spiels. So. Na gut, weiter geht's. Gehen wir wieder zurück. Sammelobjekt hätten wir mitgenommen. Hoffe ich. Oder? Haben wir es jetzt liegen gelassen? Ich weiß es gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, wir haben es mitgenommen. Wie viele haben wir denn von denen? 36. Das sieht gut aus. Alles klar. Das sieht sehr gut aus. Mhm. Und da müssen wir nochmal, sehe ich gerade, Richtung Burg gehen. Denn dort oben haben wir auch noch ein bisschen was wir da finden können. Zum Beispiel ein Infoboard. Da lernen wir ein bisschen was über die Burg kennen. Und auch einen QR-Code. Also für alle diejenigen, die vielleicht gerne wandern sind. Wir machen das ja hier im Spiel. Da müssen wir es nicht privat machen. Wir spielen einfach hier im Spiel einen kleinen Wander-Simulator. Und das ist es ja tatsächlich. Es ist schon ein Horrorspiel. Aber es ist gleichzeitig auch eine Art Walking-Simulator. Weil wir hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend schlendern. Aber die Gegend ist halt wunder, 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 wunderschön. Das muss man schon sagen. Also ganz ähnlich. Hier könnte man zum Beispiel viel, viele Leute, die vielleicht bettliegrig sind. Die gar nicht mehr nach draußen gehen können. Den Horror-Aspekt einfach mal auf der Seite lassen. Sondern einfach die mal nur durch den Wald schlendern lassen. Und das sieht wirklich, wirklich, wirklich super aus. Muss ich zugeben. Also was heutzutage mit Spielen alles möglich ist. Ein Traum. Also wir wandern nicht im Real Life. Wir wandern lieber vorm Bildschirm. Aber für alle diejenigen unter uns, die gerne auch im Real Life wandern. Den QR-Code, den wir gleich finden werden. Könnt ihr euch einfach mal scannen mit dem Handy. Geht das ja ganz einfach. Dann öffnet sich eine Internetseite. Und zwar eine Internetseite, wo ihr wandern könnt. In Tschechien. Und dort auch ist ein Marker platziert. Und zwar genau an dem Ort, an dem sich dieses Castle, diese Burg da oben, tatsächlich befindet. Denn genauso wie den Ubuku-Bunker gibt es auch das hier. In unserer Welt. Nicht nur hier im Spiel, sondern auch in unserer Welt. Und mit dem QR-Code kann man sich direkt einen Marker setzen, wenn man diese Burg da oben im echten Leben mal begutachten möchte. Da haben wir sie nämlich. Kimburg. In den Jahren 1327 bis 1333 errichtete Bernhard von Kimburg eine Burg, in die er aus der ursprünglichen Burg Kimburg in der Region Svitavi umsiedelte. Diese neue Burg wurde auch Kimburg genannt und gilt in ihrer ursprünglichen Form als Paradebeispiel gutischer Architektur. Burg Kimburg ist zwar ein Bergfried, aber es sind ihre charakteristischen Zwillingstürme, die sie zu einem der primären Wahrzeichen unserer Nation machen. Im 15. Jahrhundert wurde die Burg vom ungarischen König Matis Korbinus, Hun Yadi Matias, eingenommen, aber im Jahr 1523 durch Wilhelm von Wickhoff zurückerobert. Im frühen 18. Jahrhundert, als die Bedrohung durch türkische Invasoren ein Ende gefunden hatte, wurde die Burg verlassen und ist seitdem stark verfallen. Und heute wohnt das Biest da drin, in dieser Burg nämlich. Und viel übrig ist nicht mehr. Die Steinmauer steht noch, beziehungsweise Teile davon. Ein Turm steht noch. Und heute wohnt eben das Biest drin. Das ist der QR-Code. Gehen wir einfach mal abscannen. Und dann könnt ihr tatsächlich im Real Life... Na gut, das war ja mal klar, oder? Ähm, im Real Life diese Burg erkunden. Das ist bestimmt auch was für alle diejenigen, die möglicherweise gern auf Wandern stehen. Und das sind vielleicht sogar ein paar von euch. Weiß ich nicht. Könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht sogar schon mal dort wart bei der Burg. Denn wir haben ja mittlerweile doch schon einige Wahrzeichen, sei ich jetzt mal, kennengelernt hier im Spiel. Aber das wird vermutlich im Real Life jetzt nicht unbedingt hier nur 5 Meter voneinander entfernt alles liegen, sondern ein bisschen ein längerer Marsch sein. Aber wenn wir jetzt hier mal eine Stunde vom Ubuku-Bunker bis hierher laufen müssten, dann wäre das für ein Let's Play nicht unbedingt förderlich. Aber im Real Life geht das schon mal. Also gerne mal den QR-Code abscannen, gerne mal eine kleine Wanderroute planen. Und wir wandern jetzt erstmal wieder zurück und zwar zu unserer Wanderroute. Zu unserer Wanderroute, die wir von Leia bekommen haben. Das Mädchen, das jetzt nicht mehr da oben rum sitzt, sondern mittlerweile schon wieder verschwunden ist. Aber wir haben ja einen Auftrag. Wir sollen ihre Puppe Rosi von dem Biest stehlen oder vom Biest zurückholen, das sich mittlerweile in dieser Burg in Kimburg da oben eingenistet hat. Das ist unser Plan. Und dann kann sie uns möglicherweise helfen, wobei da die Hoffnung eigentlich schon mittlerweile schwindet und die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass sie uns tatsächlich helfen kann. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir gucken mal. Möglicherweise kann sie uns helfen, unsere Tochter wiederzufinden oder uns ein paar Hinweise geben, wie wir unsere Tochter wiederfinden können. Aber wir haben ja gerade gesehen, der Felsen ist verlassen. Das Notizbuch ist nicht mehr hier. Wir haben ja nur diese eine Seite mitgenommen. Die Buntstifte sind noch hier das letzte Anzeichen an sie. Aber ob wir sie überhaupt im Spiel jemals wiederfinden, ist eine ganz andere Frage. So, bin ich jetzt hier noch richtig? Tatsächlich, hier muss ich rauf. Dann geht's einmal hier entlang. Und dann sind wir bald wieder hier, genau. Eingang versperrt. Wahrscheinlich kommen wir früher später dort raus, würde ich jetzt mal behaupten. Könnte ich mir gut vorstellen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch wieder diese Tafel suchen, die ja hier irgendwo stand. Was ist das? Achso, Gänsefingerkraut. Da, das ist die Tafel. Und dann haben wir uns das eine Sammlobjekt da schon mal mitgenommen. Und dann geht's wohl hier lang, denn da haben wir ja gerade den Anruf bekommen von unserer neuen Mitstreiterin, der mysteriösen Eleonora. Und ich würde mal sagen, genau hier machen wir weiter in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen von dieser Runde von Sunday You'll Return. Und ich denke mal, in der nächsten Folge kommen wir der Kimburg schon mal ein bisschen näher. Bis dahin. Morgen geht's weiter und ich sage Tschüss.